Grüezi miteinander, ich bin hier bei Zufall beim Brunnergetränk gelandet. Brunnergetränk. Und da steht hier Ital Pernat, der ist von Süditalien. Melanzane, Biscotti, Limoncella, alles zusammen. Dann hat er Mozzarella, die Bufala. Und zack, kannst du rein und probieren. Pasquale Pernat. Pasquale Pernat, das ist der Chef. Er hat auch gepostet beim Brunnergetränk ins Grätsenwald. Sich einfach als Fachpersonal wenden. Irgendeiner weiss immer Bescheid. Salame picante. Caciocavallo. Tutta Rapa de Lerquina. Di tutti libri. Unitех significant. Celelmala. Compares Sie. Vielen Dank.